Die Karlsson-Kinder Wombats und wilde Kerle von Katharina Massetti Gelesen von Melanie Pukas Eine Produktion von der Audio Verlag Fünf was? Sie hat's gemacht! Sie hat's wirklich gemacht! Hummel drehte sich bei ihrem Zehenspitzentanz so lange im Kreis, bis sie auf den Rücken plumpste. Hummel hieß eigentlich Daniela und trug ihren Spitznamen, weil sie klein und rund war und ohne Punkt und Komma quasselte, sodass es sich wie das Summen einer Hummel anhörte. Welche sie hat was gemacht! Hummels große Schwester Julia schaute gereizt von ihrem Computer auf. Tante Frieda natürlich! Sie hat's wirklich gemacht! Was hat sie gemacht? Sie hat vorhin angerufen, dass sie jetzt da sind! Fünf, hat sie gesagt! Fünf! Hummel, fünf was? Hummel setzte sich auf und schaute Julia an. Dass sie fünf auf einmal kriegt, hätte ich auch nicht gedacht! Was kriegt sie um Himmels Willen? Hummel seufzte. Als du gestern beim Friseur warst, hat er dich da zufällig zu heiß geföhnt? Julia fuhr blitzschnell den Arm aus und zog Hummel an ihren dicken roten Haaren auf die Füße. Sie war nur drei Jahre älter als ihre kleine Schwester, aber doppelt so groß. Aua! So, und jetzt schön langsam. Tante Frieda hat angerufen und erzählt, dass sie fünf... Lass meine Haare los! schrie Hummel. Ich rufe beim Kinderschutzbund an! Und ich futter dir deine Lakritzbonbons weg! Julia grabschte mit der freien Hand nach der Bonbon-Tüte, die Hummel hinter dem Rücken versteckte. Wombate! schrie Hummel. Sie kriegt fünf Wombate! Oder heißt es Wombats? Du meinst die komischen australischen Viecher, von denen sie letzten Sommer geredet hat? Ja, sie kommen nächste Woche auf Dopingöl an. Genau, wenn wir dort sind. Und Georg und Alex auch. Tatsächlich würden Julia und Hummel die Osterferien bei Tante Frieda auf der Insel Dopingöl verbringen, weil ihre Eltern auf eine ihrer Konferenzen mussten. Georg und Alex waren ihre beiden Cousins und alle vier waren sie Kinder von Karlsson-Schwestern. Letzten Sommer hatten sie sich alle bei besagter Tante Frieda auf Dopingöl kennengelernt. Aha, murmelte Julia und schaute gleich mal, was man im Internet über Wombats fand. Es hieß natürlich Wombats, nicht Wombate. Der Wombat, australisches Beuteltier, Pflanzenfresser, es gab auch...